Carlo, mein Leibwächter. Dieser verdammte Hurensohn. Er ist der Einzige, der wusste, wohin ich gehen würde. Und außerdem hat er sich für heute krank gemeldet. Er wusste genau, was passieren würde. Das klingt ziemlich wahrscheinlich. Ja, das denke ich auch. Ich zerreiße ihn in der Luft wie ein Hund. Carlo wohnt in einem gemieteten Haus in Little Italy, ein Stück von unserer Bar entfernt. Unten befindet sich eine Pizzeria. Fahren wir hin. Da war jetzt gerade nur das Auto zu sehen. War das normal? Ne, die sind weggelaufen, glaube ich. Achso, okay. Aber ist weggegangen, nicht weggelaufen. Ich darf jetzt leider nicht nachladen, sonst habe ich nur noch viel Schuss. Ja, wir sind ja, glaube ich, Freigegner auf jeden Fall. Ich finde ich keine Füße. Achso, da kommt die gar nicht, die anderen. Das habe ich leider nicht hinbekommen. Mein Gott, was ist da los? Die Bahn ist, glaube ich, ein bisschen langsamer als die Autos. Quatsch. Oh! So ein echtes Auto. Ja. Es ist auch Styropor. Ich glaube, hier gibt es ein paar mehr Lieder als auf dem Bessierspiel. Vielleicht täuscht mich auch, weil ich jedes Mal wieder ein Post gemacht habe, dass es da wieder auf dem Vorhang war. Ja, es war lustig, auf jeden Fall. Boah, die habe ich so gehasst. Die machen wir an dem Samstag nicht so hoch. Achso, Samstag. Okay. Denkst du mit dem Mangel da rein? Ja, war doch. Ah, war doch. Ist die eigene? Ja. Der ist ganz gut. Das Ding ist halt praktisch, ne? Das ist so ein Draden. Ja. Das Ding ist halt praktisch, ne? Ja, aber ich war's vielleicht wieder in der Film, ne? Ich hab mal schon überlegt, wie das... Das ist direkt vom Chef. Sieht, der A-Chef ist dabei. Was ist das denn da? Weißt du, wann ich das denn jetzt bin? Da muss ich jetzt erstmal nachdenken. Das ist auch noch mit der Sarah, ne? Ich mein, das war Fruchtdeckerin wieder eins. Jetzt muss man doch nicht ins Kilo gehen. Das reizt mich keinem so sehr, dass ich da von ins Kilo gehen würde. Das ist ja für 10 Euro zahlen würde. Ich weiß, fünf. Das ist gut. Das reizt mich keinem so sehr, dass ich da von ins Kilo gehen würde. Das ist ja für 10 Euro zahlen würde. Das ist gut. Ich kenne jetzt keinen vom Beispiel. Das stimmt schon. Natürlich ist es scheiße, wenn wir so eine Lava-Backe hier sitzen. Hier geht alles von den Tänus. Das ist doch das, was mir bei Kino Meister auf den Sack geht, dem Preis. Das ist scheiße, Leute. Das ist echt so. Ich war es ja die ganze Zeit im Hinblick. Ja. Ich war für das die ganze Zeit im Hinblick. Die ganze Zeit im Hinblick. Ich mein, der... Die Lautstärke des Films. Ja, Schatz. Ja. So komisch Filme. Die hat über jeden Scheiß lachen. Weil man da zu lachen hat, weiße. Boah, da geht man auch immer so auf den Sack. Weil mir steckt sowas nicht an. Ich muss dann immer wieder da hinfahren. Mein alter Freund. Jetzt bist du dran. Also los Tom. Ich weiß nicht. Trenn die Tür ein, geht an. Trink dir was dann um. Das war mein Motor. Ab jetzt. Noch ein Schuss weniger. Sei still, sonst bist du auch dran. Mach ihn fertig. Sei kein Idiot. Er schießt das Schwein. Hä? Wo ist denn der letzte Schuss hingegangen? Ich hab keine Ahnung. Halt dich nicht lang auf. Der Arzt verdient... Der ist schon tot. Chef. Ich bin tot. Kragenversicherung und so. Warum gibt ihr da eigentlich nicht seine Knarre? Der braucht ihr doch jetzt gar nicht. Merlo, mein alter Freund. Jetzt bist du dran. Also los Tom. Tritt die Tür ein. Pämms. Ich weiß nicht ob du überhaupt versuchen sollst, den von oben abzuschießen. Der nimmt die Feuertreppe, Tommy. Ich hab keine Ahnung. Egal. Naja. Werde ich beim nächsten Mal lassen. Hat der jetzt auch nicht Kold oder den anderen Kold? Sei still, sonst bist du auch dran. Mach ihn fertig, Tommy. Sei kein Idiot. Er schießt das Schwein. Ich fahr. Ich wach. Halt dich nicht lang auf. Der Arzt verdient. Habe ich gemerkt. Ich versteh noch nicht warum die Blende von der Tastatur hier noch dran hast. Wo ich die ranziehen wollte. ZACK, höh. Ich hab schon ein bisschen rechts gewissen gehabt, dass ich's kaputt gemacht hab, weißt du? Und ich so, ach ne. Du bist ja zu Hause. Du hast das auch nicht aufgefallen. Herr, das kann mich auf eine neue Kostatur. Er hat das auch jetzt gemacht. Der nimmt die Feuertreppe, Tommy. Schnapp ihn. Ah ja, ich bin noch ein Horn. auch mit doch schlechter ziel kann Zuerst Zuerst mein kopf hält aber auch aus nach ihnen fertig sei kein idiot erschießt das schwein ich habe ja gesagt eigentlich gold challenge aber es gibt einige sachen er hat es verdient ich hätte verständnis für hallo du verrät haben wir dich nicht gut behandelt wissen sie was was getan dass du mir das ist das erste mal dass ich jemanden in seinen unterhosen umgelegt habe schon gut war für mich auch das erste mal es gibt für alles ein erstes mal na wen haben wir denn da geht's denn sergio hältst du dich immer noch aus allem raus ich sehe du hast einen neuen sandsack nun der gentleman hier glaubt dass die finanzen unserer gewerkschaft nicht fair sind und wir streiten ich habe immer gesagt dass ein streik eine schlimme sache ist es sei denn er wird von meinem werten bruder organisiert und hat ein höheres ziel damit kommen sie nicht davon die jungs werden sie zeigen ich glaube du überschätzt ihren mut miese kakerlach leider bin ich nicht zum diskutieren gekommen wir würden sie gerne mit einigen unserer vorstellungen über gewerkschaften in unserem freien land bekannt machen macht weiter jungs womit haben wir diese ehre verdient salieri lebt was wie hat er überlebt leider können wir das niemanden mehr fragen unsere männer sind und die restaurangäste sind tot genau wie diese ratte carlo könntest du bitte die klappe halten wir versuchen hier vertreten redet man nicht mit mr morrell teufel ich hätte es selbst machen soll wie konnte der alte bastard so viele unserer jungs er ist genauso alt wie ich also unterschätze ihn nicht davon abgesehen war er vielleicht nicht allein doch ich denke sie überlegen wie sie uns loswerden können und was sollen wir tun wir müssen uns etwas ausdenken passt in der zwischenzeit gut auf eure ärscher auf die jetzt jetzt sicherlich ihre besten leute auf uns heißt das krieg um jeden preis es ist schon seit einiger zeit krieg jetzt umso mehr pass auf dich auf bruder sie zu hause hätte er genug was sollen wir mit ihm tun macht ihn fertig und werft ihn ins meer so soll sein ich guck gerade hier mal auf das man kriegt das eigentlich besser das ist ja genau ich müsste es noch ein stück nach links schieben noch teilweise auf dem linken bildschirm ist und dann könnte es besser sehen genau okay happy birthday dieser mordversuch bedeutet dass morello uns offen den krieg erklärt hat wir müssen uns um ihn kümmern wenn morello keine komplizen unter den politikern und anderen wichtigen organisationen hätte wären wir annähernd gleich stark wenn wir diese leute liquidieren wird unser gegner erheblich geschwächt das ist es also was wir tun müssen seine starken kontakte eliminieren richtig und wie wir alle wissen müssen wir einen offenen krieg vermeiden holt euch die generäle dann geben die soldaten kampflos auf das ist der plan wir machen sie einen nach dem anderen fertig was meinen sie genau der erste in der reihe ist der stadtrat der uns solchen ärger gemacht hat morello hat ihn in die politik gebracht das macht ihn zu einem starken verbündeten wir kümmern uns nach dem jungen um ihn und das bedeutet heute der stadtrat feiert seinen geburtstag und hat beschlossen einen großen empfang zu geben der empfang ist auf einem dampfer mit feuerwerk und dem ganzen kram und er wird eine rede für die paparazzi halten da werden eine menge leute sein die nichts gegen uns tun werden wenn sie sehen was mit ihm passiert klingt ziemlich riskant ist aber das risiko wert vincenzo kennt den plan okay wie gesagt es ist auf einem dampfer wird nicht ganz einfach ohne einladung reinzukommen aber du schaffst das schon tom versuch vor allem kein aufsehen zu erregen bevor wir das ziel erreicht haben natürlich kriegst du keine waffe an der security vorbei aber dafür ist bereits gesorgt also sobald du an bist musst du zu einer der minnertoiletten gehen dort ist ein kleiner revolver verborgen anschließend wartest du ein weilchen draußen der stadtrat versteckt sich wahrscheinlich in seiner kabine aber zu beginn der feier kommt er für seine rede nach draußen das ist ein großer auftritt du nicht ist den während seiner rede um tom es muss in der öffentlichkeit passieren und die rede bietet sich geradezu an da werden jede menge leute seien die du beschuldigen kannst sobald alles vorbei ist und was ist dann ich würde gern in einem stück zurück an land kommen danach wird die hölle los sein es werden sicherheitsleute an bord sein aber in dem chaos müsstest du an ihnen vorbeikommen falls nicht geht zum bug paulie kommt dann mit einem boot und bringt dich sicher raus was ist los tommy es wird nicht leicht aber das schaffst du doch okay ich mache es das boot liegt am ufer bei central island vor anker du gehst besser los sonst verpasst du es behalte die zeit im auge wo einer fortuna tom dann hätten wir heute das spiel erledigt ja ein bisschen geschafft ich kann euch mal die lupe an die schöne lupe den wagen habe ich später auch du wirst dich tschüss 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 so das kann ich den olivgrünen auch wegschmeißen und den gelben kann ich auch wegschmeißen schmeiß aber alles weg bis auf ein silberflächer genau ja ähm ich danke für eure fürs zuschauen wir haben jetzt knappe zwei stunden 40 minuten aufgenommen sind haben gut was geschafft wir haben einfach mal ein bisschen schleppend aber dann ging es eigentlich zang alles weg oh ja 14 sie feiern es 3 komplette missionen ja eigentlich 4 die 10 müssen wir noch mit dazu ziehen ja ja 2 stunden 30 ja seit dem letzten mal mit allen gut ich bin deutlich schneller als beim letzten mal ja gut aber ich bin jetzt fertig soweit dennis ich hab nichts zu sagen außer tschüss bis neun wir sehen uns bis zum mit bis zum mit bis zum mit trim holl bis zum mit Vielen Dank.